Musik 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 Pyeongchang Ich kann leider noch nicht koreanisch sagen, aber ich werde sicher etwas lernen Woppa Gangnam Style Sugiha Seon Das heisst so viel wie, du hast eine super Arbeit gemacht Pikachu Koreanisch kann ich leider gerne nichts Das klingt für mich ehrlich gesagt alles gleich gleich Aber ich hoffe, dass in der Zeit, in der ich in Korea bin, noch etwas herzulernen Kamsahamnida Das heisst Dankeschön Yogi Das bedeutet Issi Kimchi, das ist der eingeleite Kabis Und ist sehr fein Auf koreanisch kann ich sagen Negatua Das bedeutet, ich mag dich Ich kann dich gerne Ketan, Ketan Musik 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 Musik